hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren folge in malinowka war ich glaube ich noch gar nicht world of tanks und jetzt bin ich schon auf stufe vier bin weit über 40 glaube ich mir den folgen hier aus dem live stream und die folgen selber auf einem kanal ihr könnt mal die leute aus dem live chat hier bin mal scheinbar sie davon halten wenn ich doch das ist leicht defizit aufholen dem ich am wochenende mal schön paar folgen mehr hochladen ich kenne die map gar nicht muss jetzt mal gucken die verteilt sich an hier zu gehen da kommt der erste er hat natürlich hier nicht ergeben ich bin da drin da ich bin da drin da ich bin da drin Ich komm mal da runter. ist okay ja unterhaltsam ja wir für die 20 achte ich versorfen was ist das blöd dass ich da hier auskomme um zu gucken da ist wirklich hoch ich hoffe dass der mir gehört bist du da reno? Der ging voll durch Ihren Platz rum. Ich bin auf den Fall noch. Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Was? Was? Was ist das? Was? Was ist das? 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 Da liegen wir hier echt offen mal rum, da oben. Durch die Beteiligung kennen wir hier noch nicht. Durch die Beteiligung der Beteiligung. Durch die Beteiligung, wenn ihr ground nicht wirklich werdet. 據 pneumatis sind die Beteiligung. Oh ha! Ich hab noch ein paar Mal in der Höhe. Die haben sie nicht mal angekratzt. Der ging nicht durch. Die haben sie nicht mal angekratzt. Ich weiß nicht, ob ich das war. Ich weiß nicht, aber es ist ungespart. Ich habe es um die Terrafum, die soll nicht mehr bekommen. Ich bin schon wieder hier oben. Eine Stelle, wo ich da treffen kann, oder wie? Der ging nicht durch. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Abpraller! Arschlafen. Ich mach das. Ab Schluchzen. Jetzt ist es schön hier. geschafft 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 ein gefecht gewonnen bringt der punkte so jetzt was habt ihr geschrieben da kannst du schauen was ein guter spieler verbaut und welches ja ist das so im wort abgeschlossen 50.000 wieder was dazu bekommen zum nächsten auftrag wo wir gerade unterwegs sind ist es auch gut wenn man hier den bonus anwendet 85.000 habe ich das ein oder andere wieder rein geholt team auswertung ja ja aber irgendwie keinen schaden verursacht dann wird man zufällsgefechten in fahrzeugen 150.000 ok gut dann machen wir doch die schere wieder weg ausbauen jetzt noch mal soll ich den laufpolster hat hat zum beispiel der maus akrobat auch auf der stufe 4 eingemacht oder was soll ich noch nehmen hier verbesserte waffen liegt an der lüftung kommt sagt mir kommt gibt mir informationen was soll ich reintun wenn er sagt lüftung ok lange der chat hier weiter läuft auch lüftung dann lüftung ok dann haben wir die lüftung und los ins nächste gefecht ich hätte was erforschen können live stream geht natürlich weiter für die aus der folge das war's bis zum nächsten mal euer stefan ciao ciao